Da drüben noch irgendwas übersehen? Na? Ah, hier oben schon? Ich sehe das, glaube ich, gerade zum ersten Mal. Oh, schau, dass Shadow nicht mehr da ist. Die Viecher mag er doch. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind, oder? Doch. Ich suche eigentlich das hier. Ja, danke, Killer. Du warst so schnell, ich konnte nicht mal lesen, was da stand. Oh nein, da wollte ich nicht runter. Nein, 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 nein. Da war der andere Ben, ne? Möchte ich da hin? Viel Schuss habe ich nur noch. Die auf einmal verschwunden ist, warum auch immer. Nichts Nettes stand da. Ach. Hat sein Bettchen nicht gefunden. Ach, dafür seid ihr ja da, meine Mods. Dass ich so einen Schwachsinn gar nicht erst lesen brauche. Ja, mir geht's, oh. Okay. 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 Ist auch ziemlich spät, kann sein, dass dann da ein paar Deppen auftauchen. Hast du die Nachricht mal gelesen, Sven? Ich glaub, Sven spielt ja auch grad nebenbei, ich glaub nicht. Deswegen, du warst wirklich sehr schnell, du warst ein Vollhonk. Ach, der von ebens? Ja, Gürteltasche, ja. Ich lass mir nicht die Laune oder so verderben von so ner... Ich nicht. Komische Menschen, die Langeweile haben. Ja, Killer. So, ich glaub ich weiß, wo das jetzt hier rausführt. Jesus. Also. Ich merk schon, ich zieh immer beschissen. Und hinter mir ist noch einer. Und da ist noch einer! Ja, wow! Ähm, das ist jetzt hier so ne Massenparty, die ich will nicht... Grillparty, geil! Okay. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Musste ich jetzt leider einsetzen, das hätte ich mit meiner Munition nicht geschafft. Ach, Killer. Es bringt nichts darüber noch zu schreiben. Einfach ignorieren. Einfach. Ja, genau. Einfach ignorieren. Gar nicht mehr darüber reden, weil... Das... Das bringt uns nichts. Weg ist weg. Und das ist auch schön so. So. So, okay. Ich weiß jetzt, was ich hier mitnehme. Und zwar das hier. Ich hab's grad gut gebraucht. Ich spiel schon seit sehr vielen Stunden Resident Evil 2. Es macht so verdammt viel Spaß. Aber auch nicht. So manche Stellen sind scheiße. Hassliebe. Ich freu mich schon, ähm, wenn ich das mehrfach, äh, spielen kann. Ich geh's erstmal langsam an. Und privat werd ich dann wahrscheinlich rumschreien. Also wenn ich mit dem Game fertig bin. Bin immer ein Stück höher mit der Stufe. Schwierigkeitsstufe. So, das wird lustig. Das wird lustig. Ich bin grad mit dem ersten, äh, Durchlauf durch. Oh. Ja, das ist, äh, stellenweise anstrengend. Mhm. Ja, ja. Leider. Leider, leider. Deckdose. Ich muss sagen, es macht echt Spaß. Auch wenn's manchmal anstrengend ist. Macht echt Spaß. Ich muss bis jetzt sagen, das Remake ist echt ziemlich gut gelungen. Ich hatte echt Angst davor. Wir haben eine Windelbeauftragten seit wann das. Der Killer ist immer zur Stelle, um mir die Windel zu wechseln. Ich überleg grad, was ich jetzt mache. Ähm, geh ich nochmal zurück. Um. Hier sind nochmal Elektronikteile. Warte, ich hab ja nicht viel Platz. Hier ist ein Film. Dienen gefunden. Ich hab jetzt Platz. Bin grad sehr unentschlossen. Ich war schon mein Burger essen. Guten Morgen. Ich hab schon, mein, äh, Burger hab ich schon gegessen. Ich hab meine Energie schon getankt. Ja, ich hab, ich war schon. So, ist der Ben hier immer noch? Bestimmt, oder? Wie lange er mich durchlässt, ist alles gut. Da vorne ist Ben. War das hier lang, oder? Oben. Ich spiel auf Standard, äh, ja. Kann man auch einfach nennen. Für mich erstmal. Also, ich wollte jetzt im Stream nicht übertreiben. Ich werd's denn privat, und wenn ich mit dem Durchlauf fertig bin, werd ich's privat in... ...hörer stellen. Kann ich mich auch besser konzentrieren. Hier durch. Ich hab ja jetzt noch so ein, äh, Schlüsselteil. Vielleicht... ... kann ich die anderen Beine jetzt holen. Eigentlich hab ich alle Bens hier getötet. Hier gibt's noch ne Stufe drunter... Ne, ganz drunter bin ich nicht gegangen. Das wär mir wohl... Das wär mir wohl... ... das wär mir zu... ... zu einfach. Also, ich hab Standard gelassen. Und es gibt's noch ne Stufe höher, ne? Wie hieß die, Veteran? Ach, ich hab keine Ahnung. Habt ihr vorhin geschrieben? Ich hab's schon wieder vergessen. Entschuldigung. Das werd ich dann aber eher privat für mich spielen. Dann irre ich auch hier nicht mehr so durch die Gegend. Das Spiel muss man mehrfach spielen. Also, find ich jetzt. Nein, es macht richtig. Wollte das nämlich ausprobieren. Hm... Das ergibt aber auch keinen Sinn. Braucht die nämlich. Oh, ist ja schon den gleich. Wie kann ich die jetzt alle mitnehmen? Ja. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass das hier offen ist, dass ich dann hier durch kann. So, King. Kann ich jetzt einmal hier rum? Hoffe ich. Nämlich genau das, was ich versucht habe herauszufinden. Jetzt geht das zu. Jetzt kann ich aber da wieder raus und dann habe ich alle drei Figuren. Gut. Ich kann noch ein bisschen nachdenken. Ein bisschen funktioniert noch mein Hirn. Veteran. Okay. Ich würde den Isimuth auch Windelmosus nennen im Spiel. Nee. Das muss nicht sein. So, jetzt kommt das nächste Rätsel dann. Äh... Das macht aber echt Spaß. Ich wollte gar nicht so lange heute streamen, aber... Kann schon da nicht aufhören. Aber offenbar hast du ein besseres Munitionsmanagement als ich? Die da unten kommt... Naja. Naja. Ich stecke schon ein bisschen in der Scheiße. Wortwörtlich. Ziemlich übel sieht das aus hier. Mit Ada zum Beispiel hatte ich gar keine Munition mehr. Ich war total verloren. Ach ja, stimmt. Hier kann ich ja gar nicht durch. Ich hätte an der Stelle noch ca. 5 Schuss für die Pistole. Glaub mir, ich werde das auch noch richtig versemmeln. Ihhh. Ja, das ist hier auch I. Ich fühle mich hier nicht wohl in den Gedärmen. Oder was auch immer das für Mutationen sind. Ich denke, der Mensch mir ist besser. Ich muss mittlerweile immer nachladen, wenn ich was finde. Hätte ich nicht gedacht. Weil ihr habt immer befürchtet, dass ich mit null Munition durch die Gegend rennen werde. Habe ich eigentlich auch gedacht. Ich schlag mich irgendwie besser als gedacht. Was gut ist, weiß ich nicht. So, wo war denn jetzt der Weg? Hier nach oben war es nicht. Da war eine Sackgasse, ne? Oh, die Stelle kenne ich noch. Ich schalte wieder aus. Da mache ich mich sonst wieder nass. Ist alles gut, Kureji. Alles gut. Ich möchte nicht, dass du dir die Hose machst. Kein Problem. Ich fühle mit dir. Ich hoffe, du fühlst auch mit mir. Wäre ich auch eine Windel? Ja, es gibt Gratis... Gratis Windeln. Weißt du? Es fängt an, dass ich hier voll verkacke. Nein! 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 Wir haben darüber geredet. Jetzt ist es vorbei. Jetzt habe ich auch keine Pistolen-Munition mehr. Wo ist mein Messer? Kann ich nicht mehr nehmen, natürlich. Ist es kaputt gegangen? Ja, wäre gut. Wie oft ihr mir heute schon die Windel wechseln müsst. Schon ein bisschen eklig. Toll. Jetzt stehe ich auch langsam da, ne? Ich sollte schnell weg hier. Ja, ich habe den auch vergessen. Ich wusste nicht mehr, wie ich da hinkomme. Das ist das Blöde. Ich wusste echt nicht mehr, wie ich da hinkomme. Ich schleppe das die ganze Zeit mit mir rum. Was ich jetzt auch mal wegmache. Das ärgert mich ziemlich. Noch ein Film. Herzschlüssel habe ich auch nicht gefunden. Letztes Mal gefragt. Ja, ja. Ärgert mich auch ein bisschen. Weil ich habe daran gedacht. Und habe überlegt, hm, das könnte auch da reinpassen. In diese eine Aussparung. So viel dazu. Turm und Springer an derselben Wand. Läufer und Damen sind nicht nebeneinander. Und Damen und Turm liegen sich gegenüber. Ah ja. Kann ich sie auch noch mal untersuchen? Was war nicht nebeneinander? Läufer und Damen nicht nebeneinander. Ich packe die Dame erstmal hier hin. Läufer, ne? Glaube ich. Ich habe lange kein Schach gespielt. Ja. Das ist der Bauer. Stimmt, das waren ja die ganz vorne. Der muss da drin bleiben. Da ist nämlich die Abbildung. Bringer kommt hier. Okay. So, das. Und Damen und Turm liegen sich gegenüber. Oh. War nicht richtig. Kommt denn aber der König hin? Come on. Das muss der Springer, glaube ich, sein. Ne, das ist der Läufer. Ah, Mann. Jetzt habe ich es verwechselt. Der Springer ist ja der andere da. Mann. Ich glaube da, ich gehe davon aus, ähm, weiß es aber nicht genau, dass das hält. Das könnte echt gut sein. Weil ich habe, ich habe wirklich überall gesucht. Ich habe da nichts gefunden. Könnte echt gut sein, weil es waren noch ne Menge Räume. Meine Befürchtung, Herzschlüsse ist für Claire. Ja. Ätzend. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich habe alles verpasst und so scheiße. Turm und Springer. Aber die sind ja, die dürfen ja nicht nebeneinander sein, ne? Oh, Mann. Ich kann nicht mehr nachdenken. Ich kann nicht mehr nachdenken. Ich kann, äh, ich, ja. Ich muss gerade ausprobieren. Es gibt einen recht kleinen Bereich, in den man, äh, wirklich nicht kommt. Aber ich finde die Markierung auf der Karte super. Finde ich auch super. Das hat mir auch ziemlich, ziemlich den Arsch gerettet. Wirklich. Wir legen sich gegenüber. Läufer und Dame nicht nebeneinander. Aber dass Turm und Springer an derselben Wand sind. Hilf mir jetzt leider nicht. Oh, ich komme gerade nicht klar. Der muss hier drin blicken. Ich kann mich gerade nicht mehr konzentrieren. Ich hoffe, wie ich gerade, ähm, in FIFA mein Team am Aussortieren bin. Du spielst gerade FIFA. Ach stimmt, du kannst ja noch gar nicht Resident Evil spielen. Vielleicht echt der Moment, wo ich ins Bett gehen sollte. Vielleicht ist hier echt, äh, wirklich die Stelle... Ich komme nicht mehr mit diesem einfachen Rätselgarten klar. Das ist richtig traurig. Richtig traurig. Geh auf! Mich irritiert das nur mit dem, ähm, Gegenübersein. Dame und Turm liegen sich gegen... liegen sich gegenüber. Warte mal. Warum... warum mache ich die Dame eigentlich... Ey, bin ich doof, oder? Mach ich das? Wartet. Wartet, 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 wartet. Wartet. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig... Ich habe die ganze Zeit... ...die Dame an der falschen Stelle gehabt. Okay. Was war mit Fehler? Was war mit Fehler? Mann. Wenn die Konzentration nicht mehr da ist. Peinlich. Aber gut, wir haben es jetzt geschafft. noch mal speichern. Das klang falsch. Das klang falsch. Was ich gerade erklärt habe? Ich habe es aber nur so erklärt, wie ich es... wie es... wie ich es gemeint habe. Gratuliere, danke. Hat nur ein bisschen gedauert. Gratuliere, danke. Ich habe mir was Nützlicheres. Ein Erste-Hilfe-Spray. Da ich nicht mehr so viel Munition habe, werde ich bestimmt einiges einstecken müssen. Mute ich mal. Das drücke ich noch nicht. Erstmal umschauen. Das drücke ich noch nicht. Hätte ich sowieso noch nicht machen können. Okay. Hat sich auch erledigt. Gehen nach. Was? Oh, 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 oh. Oh mein Herz. Ich sterbe gleich. Ich sterb. Oh mein Herz. Der ist so schnell. Du hast noch so viel Spray? Ja, gleich nicht mehr. Gleich ist vorbei. Happy Birthday. Ja, ich kann so stehen. Was muss ich hier tun? Jetzt habe ich dich. Ich kann so stehen. Here I take it. Here I go.